Zum letzten Mal. Wo waren sie in der Nacht vom 15. auf den 18. August? Du denkst wohl, wenn du hier gar nichts sagst, kommst du hier ungeschoren davon. Pass mal auf, du. Wenn wir zwar uns erstmal richtig in die Wolle kriegen, dann wirst du aber Lammfromm, du. Das Schweigen der Lämmer. Der NDR Filmfilm am Donnerstag Donnerstag um 23.23 Uhr.